Wir stellen vor, Canon Zoe Mini 2. Die reißfesten und wasserabweisenden Fotosticker des Zoe Mini 2 beflügeln die Kreativität und lassen sich ganz einfach teilen. Kein Schmutz und keine leeren Patronen. Die Zink-Technologie druckt ganz ohne Tinte auf recyclingfähigem Papier. Klein und leicht. Der kabellose Bluetooth-Druck und der integrierte Akku mit schneller USB-C-Aufladung ermöglichen das Drucken immer und überall. Über die Canon Mini Print App lassen sich deine Fotos mit Text, Rahmen, Filtern und mehr auf dem Smartphone individualisieren. Dir stehen auch Kachel- und Collagen-Druck sowie vorgestanzte runde Sticker zur Verfügung. Der Canon Zoe Mini 2. Live big, Print Mini.